Halli, hallo, hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit mir, dem Topst. Wir sind wieder hier auf Minecraft Apollo von und zu der Burg, der Burg Ziegelstein. Leute, wisst ihr was, in dem letzten Livestream uns war, aber das war das, das war vor, genau, das war vorgestern. Bei dem Livestream habe ich ja mehrere, sozusagen, euch mitgenommen und habe etwas probiert, ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ähm, ja, ein bisschen zu farmen, ne? Es gibt ja nämlich, äh, ein, zwei Händler, die bieten sozusagen für, äh, Jade, Saphire und Amethysten Geld an, ne? Und das Geld, das kann ich brauchen, um sozusagen mir hier bei meinem Händler, meinem, meinem Senf, also eigentlich ist das ein Nutella-Glas, das ist eigentlich egal, ähm, der verkauft mir hier für 10 Gold-Counts, äh, Totems. Und das ist ja mehr oder weniger ein, äh, ja, wie soll ich sagen, ist eigentlich relativ teuer, so ein, äh, so, so, Gold-Counts zu kriegen. Aber, Leute, ich habe mir die Mühe gemacht, äh, wirklich, so, 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 kennt ihr das, Leute, wenn, wenn ihr euch so, 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 für Mühe etwas macht, was eigentlich immer relativ dingsum ist, aber ihr seid glücklich, wenn es ihr fertig habt, also, wenn ihr irgendwas gemacht habt und ihr seid am Ende, äh, stolz auf euch. Ja, das habe ich auch gemacht und zwar habe ich hier hinten den Werten, äh, mit, mit, mit der Leute irgendwie hochgeschoben, die ganze Zeit so, 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 dass, so, so, dass, so, dass, so, dass, so, dass, so, irgendwie in eine Richtung geht. Manchmal laufen die dann einfach irgendwo hin, wisst ihr, man, ich war knapp davor, den zu töten, aber der hat ein echt gutes Angebot. Guck mal, der verkauft hier zum Beispiel für die, äh, Dings-Sophie, ja, dann möchte der, äh, gleich hier, so, 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 gibt der mir, äh, viel Silber-Counts und ich, 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 ich habe da relativ viel von. Und, äh, ich habe ja auch sehr viel Amethysten und was weiß ich, so, von den Saphiren, äh, ich war im Nachhinein, dann wollte ich dann selber nochmal ein bisschen, äh, meinen und habe dann dementsprechend geguckt, dass dann, äh, irgendwie, ich von denen relativ viel rauskriege oder so. Keine Ahnung, das ist halt so ein bisschen, naja, äh, ist, ist ein bisschen, äh, komisch, warte mal, wo habe ich es, wo habe ich es, äh, genau, hier habe ich es. Äh, ich habe da relativ viel gemacht, äh, also relativ viel, äh, Gedings-Sophie, ich bin durch die Minen durchgeflitzt mit den, äh, Nachtsichtränken und habe mir sehr viel herangeholt. Das Blöde ist, man levelt leider nicht mit dem, äh, Dingensens, äh, mit dem, äh, mit dem, äh, mit der Pickering-Back, levelt man leider nicht, äh, wenn man die sozusagen wirft, weil das ist irgendwie, von dem Mod wird das nicht erkannt oder so. Also, keine Ahnung, finde ich auf jeden Fall ein bisschen blöd, aber ich habe hier schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, ihr seht ja, die, die sind eigentlich voll viel wert. Saphire sind voll viel wert und, äh, können dementsprechend, äh, mir drei pro Stück geben, das heißt, ich kann mir drei Stacks geben, also mehr als drei Stacks, das heißt, ich kann mir richtig viele Totems dann holen. Und, äh, ja, bloß ist halt so, 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 muss ich gucken, wo ich die ganzen, oh mein Gott, nein, 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 warte, wo kann ich das nun machen, äh, so, zack. Ähm, ich muss nämlich gucken, weil ich habe jetzt mittlerweile eine ganze Kiste voll Coins, äh, ich, ich, ich kann zwar mit Gold-Coins irgendwie Dingster-Booms da, äh, mir, mir, mir Totems von, aber ich weiß nicht, was ich mit den anderen machen kann, ob man die irgendwie umwenden kann oder so, weiß ich selber nicht. Genau, äh, wo hatte ich das denn getan, ich glaube, genau, hier hatte ich das denn getan. Ihr seht hier, das ist einfach mega heftig Und äh Ja, warte mal, ich sortiere einfach mal so Zack, warte, so Zack, 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 zack Das kommt da rein Weil ich muss hier erstmal die ganzen Coins, die ich habe Muss ich hier erstmal unterkriegen Damit das dann mehr oder weniger ordentlich abgespeichert werden kann Okay, jetzt gehe ich wieder hoch und verkaufe das Das ist praktisch Weil der Typ, der stand eigentlich jederzeit draußen Da muss ich jedes Mal rausgehen und was weiß ich Alles und jetzt kann ich einfach hier bei mir Die ganzen Sachen hier traden und so Zacki, zacki, zacki Und zack Wir haben jetzt, wie viel Silberkons Ich weiß selbst nicht genau, wie viel das ist Aber es sind wahrscheinlich schon ein paar viele Ein paar mehr oder was weiß ich so Warte mal, wo war das? Ich komme immer durcheinander, äh, genau, hier muss ich rein So, zack, Alter, wir haben so viel mittlerweile, ne Äh, ich habe jetzt nur noch Amethysten Ich weiß jetzt nicht, ob ich Warte, ich habe, habe ich noch, oh mein Gott, ich habe noch Oder ich habe gerade gesehen, ich habe noch mehr Saphire, das heißt, ich kann mir noch mehr Dings holen Ich glaube, Leute, ich mache heute, wisst ihr was, Leute? Ich mache heute, äh, so das 100 Unboxing, äh, 100 Totems Unboxing Wisst ihr? Ich glaube, dass das kann man machen, oder, Leute? Ja, ne? Ich glaube, dann bleibt bis zum Ende dran, ne? Weil dann mache ich das, äh, 100, äh, Totem Unboxing Und dann, äh, ja, dann hat man relativ viel zum Unboxing-Isierungs-Gedöns Warte mal, hä? Ne, warte, ich habe so, genau, so, zack Und jetzt habe ich meine ganzen Dingshaben Eigentlich sind die voll viel wert, äh, also zumindest zum Craften Aber ich brauche die an sich nicht, weil, äh, ja, ne? Alter, es ist schon heftig, oder? Wenn man mal auf Sortieren geht Junge, wir haben richtig viel Geld, warte mal Äh, äh, ich, 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 ich kann ja mal gucken Wie viel Totems können wir uns jetzt eigentlich holen? Es kostet 10, äh, Goldcoins ist sozusagen, also, äh, ein Goldcoin ist zwei Totems wert, ne? Mein Gott, Alter, so viel, äh, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, äh, 12, 18 verschiedene Totems Ähm, und ich habe, boah, ich habe richtig viel eigentlich Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, 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 wie viele ich mir von welchen holen soll Aber ich bin überlegen, ob ich mir einfach mal einer Sache ganz viel, äh, holen soll Äh, ich weiß nicht so genau Aber wisst ihr, was ich euch auch noch zeigen wollte Bevor ich das jetzt mache, äh, das nehme ich mir nochmal auf Ähm, äh, ich wollte nämlich euch nochmal zeigen Dass ich mehr oder weniger, äh, jetzt mittlerweile was gemacht habe Und zwar, äh, bin ich mehr oder weniger dran, dann, äh, etwas zu bauen Und zwar gab es ja diese eine Quest Baue ein Museum Und das habe ich jetzt, äh, angefangen Äh, bloß ist das Problem Muss ich jetzt mal schauen, dass ich mir mal ein bisschen, äh, sozusagen, äh, haha Warte mal, wie viel Geld habe ich jetzt, so 215 Dollar Äh, ihr seht hier, ne, das hier ist das Museum, Leute, ne Ich dachte mir so, okay, äh, ist, ist zwar ganz cool Und, äh, hier ist so der Eingang Äh, bloß ist das Problem, Leute Wenn man mal schaut, äh, jippa-doodle, jippa-doodle Ähm, wenn man hier rüber geht, äh, sieht man, äh, hat Easy da was geclaimt Also im Untergrund sieht man das noch nicht so ganz Hat Easy und Flo haben hier geclaimt Und ich möchte mir ein bisschen sozusagen entclaimt Aber, ja, an sich möchte ich jetzt nicht unbedingt easy damit, äh, sozusagen, äh, ärgern Oder was weiß ich alles Ich werde hier schreiben, ja, hier hast, äh, hab ich dir ein Claim und so weiter Sei mir bitte nicht böse Ähm, dann, 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 dann sage ich, hier kriege ich dann auch viel ein, äh, den Eintritt umsonst für das Museum Weil, äh, ja, sozusagen, ein bisschen auf dem Land da gebaut wurde Und, äh, ja, mein Vielleicht muss jetzt mal noch aufpassen, dass ich nicht hier Hat Flo jetzt noch mehr Hat Flo dann jetzt noch eins, ding so umson, noch eins weitergemacht Flo hat das noch mal weitergemacht Flo ist ein Penner Flo ist ein Penner, Flo ist definitiv ein Penner Warte mal Kann ich das so Ne Hä, was ist das? Okay Wisst ihr was? Äh, ich glaube Warum macht das Äh, ich bin Flo, ich bin witzig Äh Aber der hat das irgendwie Okay, wisst ihr was? Ich kann das nicht abbauen Komm Nein, das wollte ich nicht abbauen Genau, das wollte ich abbauen Irgendwie hält sich für Flo für witzig, oder? Ich meine, äh, ich, ich, ich weiß jetzt nicht so genau Oh mein Gott Okay, wisst ihr was? Dann mache ich mir weiter, noch weiter So, das Ding so umsonst Jetzt muss ich mal gucken, dass ich Ich muss nicht unbedingt mal Ich muss mich bei Flo, äh, revanchieren So Bei Easy wollte ich drei wegmachen, ne? Das wären, äh, äh, äh Bei Easy wären das dann 160 Also wären das 160 Donner Eins, zwei, drei Und ich möchte mir drei weitere claimen Eins, zwei, drei So, das habe ich mir jetzt geclaimt Oh mein Gott, natürlich Wisst ihr? Das ist, das ist so, das ist so unnötig Das ist so, äh Okay, hier habe ich mir das jetzt So, 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 so hingedingst So, ich habe, äh, entklaime Jetzt sehe ich hier drei von Easy Tut mir leid, Easy, wenn du das hier siehst Warte so, zack Und habe mir wieder drei geclaimt So, und dann kann ich auch hier hinten ausbauen Und dann kann ich noch ein bisschen, äh, weitermachen Denn das Museum ist bis jetzt noch nicht fertig Weil ich dachte mir so, hm, da möchte ich mir noch ein bisschen mehr, äh, sozusagen, äh, ja, ähm, Platz gönnen Ja, so ungefähr Aber ich werde jetzt demnächst noch ein paar coole Läden hinzufügen Die echt nice und knorke werden Also, da könnt ihr euch auf jeden Fall was drauf freuen Es gibt echt mega coole Konzepte, wo ich mir gedacht habe Das kann man machen Das will man so machen Ach ja, ich habe jetzt irgendwie in dem Livestream Habe ich dann auch hier diesen mega coolen Stab gekriegt Falls ihr euch wundert, woher ich den habe Ist auf jeden Fall extrem nice Und deswegen, wie es mir gerade auffällt Ich habe vergessen, mir wieder diese komische Heimteleportations, äh, Dings, um es da zu holen Oh mein Gott, das ist so Aber Leute, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr so jetzt denkt Also, wie viele Totems, äh, könnte ich jetzt eigentlich mit dem Geld kriegen Ich glaube, ich habe jetzt so Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Ne, ne, äh, acht, acht Stacks Acht Stacks, ähm, Dinge sind es Acht Stacks, äh, Gold Coins Das heißt, acht mal, äh, 60 Sind gleich 320, war das 320, 320, 320, 320 Ja, ich glaube, 300, oder? 8 mal 300, ne, warte mal Ich, warte mal, mein, 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 mein Gehirn ist gerade dingensens, weil Äh, ja, ich bin erst frisch aufgestanden Guten Morgen, Tobias Ähm, warte, acht mal Keine Ahnung Aber wisst ihr, was ich auch noch lange nicht mehr gemacht habe? Ich habe lange nicht mehr beim MIP vorbeigeschaut Deswegen, äh, äh, äh Rufen wir jetzt einfach mal den Fahrstuhl Ich kenne mir wahrscheinlich so Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Acht mal, ähm, nach, äh, dingensens, da, ähm Äh, ja, irgendwie ist da dingensens, Minecraft gerade gecrashed Super, gerade so, dingensens, ähm Okay, wisst ihr was? Ich habe lange nicht mehr bei MIP vorbeigeschaut Ich weiß nicht, was er macht, aber wir klingen einfach mal Warum ist da immer noch kein dingensens? Hallo? Warte mal Hallo, MIP Hi, MIP Ähm, wusstest du, dass dein, dein, dein Schild, äh, nicht beschriftet ist? Ja, ne, okay Ähm, äh, MIP, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, dir geht's gut? Äh, ich habe hier ein bisschen was So ein bisschen Herzen da Da kannst du irgendwie, weiß ich nicht Da kannst du irgendwie, ich habe keine Ahnung Was, 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 was soll ich mit damit machen? Äh, gibst du was Neues, MIP? Hast du irgendwie was zu erzählen? Na gut, MIP, er sagt sowieso nichts an Okay Ah, okay, Leute MIP hat ein neues Bild auf Instagram gepostet MIP, gerne Bastelrüstung MIP, mag ja Hashtag MIP mag ja Hashtag Captain America Die, Hashtag DC Uni Das, das Okay, okay MIP hat sich einfach auf Okay Hier, MIP, da Das ist, das ist, genau Das ist, das ist, das ist DC, genau Und, äh, MIP hat da einfach die Herzen auf Okay Äh, MIP, kann's mir jetzt egal sein Äh, es hat wahrscheinlich wieder zu sehen Ähm, und wie gesagt Da ist kein Name dran Und, ähm Ja, der hat auch Okay Wissst du? Nein Keiner zu Hause Okay Wissst du? Und der macht weiter Ähm, es ist MIP Ihr müsst wissen MIP ist nicht sonderlich intelligent Aber er ist nett Äh, das ist ja das, was so, so Größtenteils zählt Ne, wenn die Leute nett sind Dann ist ja alles schon gut Ähm, so, jetzt muss ich mal kurz gucken Weil ich hab hier irgendwie Äh, 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 äh Habe ich die ganzen Blöcke Ich muss mal unbedingt gucken Dass ich meinen Kopf repariere Und ich hab's genau gesehen Dass Flo dann, äh, wahrscheinlich Dass ich so dachte Höh, mach ich da noch Ein bisschen weiter hin Höh, 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 höh Wissst du? Ich glaube Es wird seit langsam Dass ich mir für Flo Meine richtig krasse Rache ausdenke Und ich, ich hab mir da auch Schon was geplant Äh, aber da brauch ich Die Hilfe von, äh Von den Göttern Und deswegen Wann ich so Sag, da schmeiß ich das Einfach da so rein So, und das Restgeld Junge, jetzt hab ich 35 Dollar Ich hab Alleine dafür Dass ich jetzt so mein Ding So muss Okay, wisst du was Ist es egal Ich, 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 ich Man muss, äh, Geld investieren Damit man mehr Geld rauskriegen kann So, ähm Jetzt will ich nur hoffen Dass ich mir jetzt Sehr viele Totems Also ich glaube Ich nehme jetzt Fünf verschiedene Totems Äh, wenn ich davon 100 mal Ich glaube ich höre mir von Ja, ich höre mir Fünf verschiedene Totems Totems, Totems Ha, Totems Und dann hole ich auf jeden Fall Äh, mir wahrscheinlich Diese, kann ich mir Diese Quest abhaken Dass ich irgendwie 100, äh, Totems In einer Folge aufgemacht habe Und das ist doch Auch mal ganz nice Und jetzt kriegen wir Irgendwie vielleicht mal Äh, Glück Und machen da irgendwie Äh, sehr Kriegen irgendwie Sehr cooles Zeug raus Oder so Ich, ich, ich weiß Selbst nicht genau Ähm Ich bin da irgendwie Nicht ganz zuversichtlich Aber ich habe ja schon mal Gute Items mehr oder weniger rausgekriegt Und deswegen, ähm Ja, äh Dachte ich mir Kann man das nochmal machen Du, 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 du So, zack, 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 zack Ähm Dann nehme ich hier Also es sieht aus Wie so eine ganze Armee Ich habe, glaub Im Lifetime Hab ich auch irgendwie So 50 Totems Aufgemacht oder so Oh mein Gott Kann ich da Kann ich da Alle Ne, warte mal kann ich nicht oder geht das geht das noch nicht wissen ich habe ich habe so ein rechtsklick so ein rechtsklick marco das heißt auf meiner tasse auf meinen händen auf meinem handy auf meinem auf meiner maus drücke ich automatisch rechtsklick das heißt ich drücke gerade halt die sozusagen die 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 maustaste von rechtsklick entfernt das ist lustig alter ist ja cool alter guck mal ding 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 das ist schon voll nice na okay mal sehen wie viele totems wie viele totems wie viele items ist rausgegen wenn wir jetzt glück haben kann ich die eine quest wie hieß sie wo war das wo war das wurde war das 0,02 prozent erhalte zweimal waffen hintereinander aus totems wenn ich das jetzt kriege also wenn ich jetzt mehr auf einmal schlage zähle ich das auch dazu okay ich krieg banner oh mein gott was habe ich da gekriegt aquatic stuff okay ich bin ja mal gespannt hallo guten tag ich habe ein ok 1 wenn ich jetzt noch rauskriege schade leider nicht schade leider nicht kann ich das dahinter sie kann ich das dazu ziehen ich weiß jetzt nicht ich habe gerade einen bogen gekriegt antiker bogen einer fahrer sich ich komme die nachher okay ich hätte die nicht berühren dürfen die okay ich sie weiß ich hoffe einfach ich krieg einfach ich weiß jetzt nicht genau ob ich jetzt irgendwie ich krieg von den bannern wahrscheinlich jetzt gerade mega viele aber jemand hat mir im live stream gesagt dass man die sich zusammen schaffen kann und deswegen okay jetzt habe ich jetzt jetzt habe ich nicht mehr so viel glück jetzt kriege ich jetzt irgendwie nicht raus aber eben eben habe ich folge viel glück gekriegt oder könnte ich die könnte ich die quest abschließen zählt das irgendwie oder zählt das nicht ich weiß jetzt nicht so genau schreibt mal was ihr denkt ob das zählen würde oder das nicht sehen würde schreibt in die kommentare aber ich kriege jetzt schon wieder dieselbe waffe schon wieder raus ich glaube irgendwo so 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 alter vater ich habe jetzt schon sehr viel zweck rausgekriegt na das vor allem sieht hat er ich brauche keine sieht jetzt so viel sieht mittlerweile und barons habe ich glaube ich kann das irgendwie aber ich habe einfach zu viel ich habe drei stück von denen ich habe drei stück von denen aber wie wie war genau die aufgabenstellung also zweimal waffen hintereinander aus totems ich weiß nicht ob das so klappt aber leute was ich sagen kann mache ein unboxing mit mindestens 100 totems das waren gerade 100 totems leute das heißt ich kann die quest abschließen und kann sagen wir haben die gemacht und zack wir haben die jetzt geklemmt und was ist die nächste quest davon mache ein unboxing mit mindestens 200 totems okay vielleicht mache ich das in der nächsten folge leute vielleicht aber auch nur vielleicht wenn ihr alle artig gewesen seid und diesem video einen daumen nach oben gibt denn das war's für heute ich hoffe euch hat das video gefallen schlafstunden dreimal schon ist auf wiedersehen gute nacht bis dann tschüss bis dann tschüss